Sebastian Zeiss wurde schon mehrfach als Top-Winster aus Württemberg ausgezeichnet. Im Jahr 2012 stellte er sogar den besten Lemberger Württembergs. Aber auch mit anderen Rebsorten versteht sich Sebastian Zeiss prima. Sein Pinot wurde aus den Rebsorten Frühburgunder und Spätburgunder erzeugt und im Holzfass ausgebaut. So viel Pinot im Glas macht einfach Spaß. Viel Frucht, wunderbar elegant, finessenreich, samtig, saftig und unwiderstehlich charmant.